Miele Dampfgarer mit VitaSteam-Technologie Für das entscheidende Mäh an Farbe, Geschmack und Vitaminen. Der Dampf entsteht außerhalb des Garraums, in einem Wassertank mit integriertem Dampferzeuger. Der Schwimmer stellt sicher, dass genug Wasser eingefüllt wurde. Ein Kontaktschalter bestätigt die richtige Position und die Versorgung mit Strom. Das Aufheizen geht besonders schnell, denn nur das Wasser in der inneren Kammer wird erhitzt. Die äußere Kammer dient als Wasservorrat. Der Dampf wird in den Garraum geleitet, wo er die Luft und damit den Farben, Aromen und Vitamine angreifenden Sauerstoff verdrängt. Erst wenn sich genügend Dampf im Garraum befindet und die gewählte Temperatur erreicht ist, beginnt die Garzeit. Ist die Temperatur ausreichend hoch, schaltet sich die Dampferzeugung ab. Ein Beispiel dafür, dass Miele energieeffizient einsetzt. Heißer Dampf schlägt sich auf den Lebensmitteln nieder und überträgt dadurch Wärme. Herabtropfende Flüssigkeiten sammeln sich in der Auffangschale. Die an den Wänden herablaufenden Wassertropfen auf dem Garraumboden. Hier wird das Wasser vom Bodenheizkörper verdampft. So bleibt nachher kaum etwas auszuwischen. Der Bodenheizkörper schaltet sich nur dann ein, wenn er mit Wasser bedeckt ist. Dadurch bleibt die reine Dampfatmosphäre im Garraum stets erhalten. Für einzigartigen Genuss. Der Temperaturfühler überwacht die richtige Gartemperatur in unmittelbarer Nähe der Lebensmittel. Dampf wird je nach Bedarf nacherzeugt. Überschüssiger Dampf wird im Kühllüfter mit kalter Raumluft vermischt. Und nach vorn ausgeblasen. Verbrennungsgefahr ausgeschlossen. Bei Garzeitende wird der Dampf automatisch abgeführt. Die fertigen Speisen lassen sich bequem und ohne großen Dampfaustritt entnehmen. Das Ergebnis? Gesunder Genuss in Bestform.